herzlich willkommen wo scharfe abgeschlachtet werden beginnt der spaß passen zu den fauligen feldern auf der goldwind warm und man hört noch riecht was woran also ganz ehrlich wenn ich dir gleich noch mal ein bier vorbeibring ich nehme mir mal noch ich nehme mir mal ein bisschen wasserfall mit der kommt der hat mich durchgesehen das war ja ich mach die kürze in Form vor allem die fauligen felder da gibt es besonders viele felder das ist geil jetzt habe ich recht ein werkzeugkasten ehrlich den brauche ich ach egal ich will mir dann auch ein nein eben nicht weil der killer immer noch hier hinten ist in der ecke allerdings ist ein grauer ich glaube es ist ein schlechter dann ist es wirklich ein schlechter der hat nur weniger ich habe herumscher freigeschaltet irgendwas aus stahl ist meine ich irgendwas aus stahl ich glaube ich habe gerade irgendwie 1000 fähigkeitschecks gemacht oder so ich glaube ich liebe mal ein bisschen was ist was ist hat er nichts Jetzt hat er mich gesehen, ja doch, der hätte ich ihm jetzt die völlige Inkompetenz unterstellt, hat er mich jetzt nicht gesehen. Scheiße, schlecht, schlecht, super schlecht, ultra schlecht. Er hat mich komplett verfehlt. Richard, heile mich, ich bin hinter dir. Ach, geh weg, geh weg. Ich lauf dir entgegen. Nein, du sollst nicht heilen, der Vogel, der ist weggerannt. Der ist sowohl blind als auch inkompetent. Wo bist denn du? Hier hinten. Der kommt gleich, oder? Ich glaube, es ist ja. Dann renne ich mal vor. Rechts von uns. Los, in die Felder. Zu zweit Kaffers. Scheiße, nein. In die Felder. Nein, ich bin auf ihn draufgelaufen. Scheiße, nein. Ihr seid alle bei mir. Das ist ja auch witzig. Ja, wir wollen uns das ansehen, wie du stirbst. Wie geil. Killerbetäubung. Nee. Der Funzel. Ja. Ja. Wusstest du das aus dem Killergriff befreien, das es gibt? Ja. Na, da hat irgendjemand mit der Funzel beleuchtet. Und ich war frei. Nein. Ja, wusstest du das nicht? Nein, nein. Das wusste ich halt nicht. Ja, Bank und Dette. Das hat, jetzt wird sich immer jemand... Antics, machst du nicht heilen, heilen, heilen dich. Nee, jetzt grad nicht. Ja. Jetzt will ich übelst grad nicht. Moment. Pass auf. Wieder daneben, wieder daneben, du Sau. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Nein, der hat mich... Bitte an dem. Warst du schon? Nein. Ich wollte ja von der Taschenlappe direkt aus ihm befreien. Das war die geilste Aktion seit langem. Vor allem nicht, dass es auch gleich mal funktioniert hat mit der Scheißfünfe. Das ist auch mal angenehm. Er will mich in den Keller bringen, aber da will ich mich vorher raus. Soll ich es? Hoffe ich. Ja. Nein. Die ist der Ball fuhrvoll. Der Balken war voll. Er campt. Er campt? Scheiße. Also er durchsucht erst eine Schreckung, um genau zu sein. Ich mach mir noch keine Prokursung. Also außerdem eigentlich... Ja, nee, mach nicht. Ich bin da. Er kommt hoch. Ist er oben? Also er rennt zumindest durch. Ich hab noch nicht gesehen. Wo oben ist. Hier. Der hat sich gedehlen. Der hat sich fast fertig gemacht. Soll ich den fertig machen? Geh, geh, geh! Ja, selbstverständlich. In der antiksten Ablenkung. Oh, oh, ich bin schade. Ach, komm. Ja, ich lock den weg, falls möglich. Falls er jetzt kommt. Das ist niemand sonst in der Nähe. Okay, nee, der geht wieder. Ich will dich nicht sterben lassen. Ich auch nicht. Ich hab doch extra dieses Pyrr. Ah. Ist mir jetzt sowas von scheißegal. Ja, ich weiß, dass du dich noch nicht gesehen hast. Komm. Komm, schlag mich. Du wartest jetzt ernsthaft. Fick dich. Oh, es tut mir leid. Alles gut. War ne geile Aktion mit dem Schrank. Mir wäre ich glaube ich gar nicht so gut drauf. Okay, wenn ich Pech hab, bin ich jetzt outright. So, ich suche um so schnell wie möglich bei Antics zuzugucken. Mein Pilling hab ich verloren, da muss ich mir gar keine Hoffnung machen. Gut. Ja. Not gut. Ah, wirst du noch verfolgt? Ja. Okay, dann muss ich einfach mal durchrennen. Selbstheilung, Selbstheilung, Selbstheilung. Wo er... Nein, der ist nicht gut. Achso, ich weiß doch warum Selbstheilung heißt, weil du ja das Kirk hast. Genau. Okay, der geht. Von wohin? Zum Generator, der gerade fertig gemacht wurde. Keine Ahnung. Jonas, äh, sag mal ein bisschen was. Hä? Wieso? Also, es beginnt bei ihr, wenn ich mich zu klopfen, mir selbstverständlich guck ich zu. Guck mal, bei Wanofski kurz rüber, aber bei Wanofski ist gar nicht los. Überhaupt nichts, da kann ich einen Haken sabotieren. Ich hab keine Ahnung, ich hab ja keine Map, ich hab ja keine Map. Allerdings ist es sinnvoller, einen Generator zu machen, weil ihr sowieso nur noch einen braucht. Okay, mach ich einen. Ja, ihr macht den gleichen. Und ich hab Vorsehungen auch noch. Oh, er kommt. Da kommt! Hat noch kurz den Mauer eingesägt. Genau, lenke ihn ab. Oh, das sieht's gar nicht so gut. Oh Gott. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Nur in der Aura. Ich bin auch inkompetent, hab ich ja. Jetzt muss ich mich dabei anziehen. Äh, das Krypto macht den letzten. Äh, das ist verrückt. Das Leute, ging da grad ab. Ach du Scheiße. Das Krypto macht gleich den Regenbogen auf, auf Deutsch. Also, er macht gleich den letzten Generator. Dürft du sofort fertig sein? Ich guck mal kurz nach. Ja, es sind noch ein paar Zentimeter. Der ist sofort offen, der Generator. Äh, ja. Los, komm. Wie viel noch? Das Krypto ist bei... Fertig. Werd abgebrochen, weil der Killer ist hierhin. Der Killer, der Killer ist bei Skypto. Scheiße. Oh, shit. Die Luke ist in dem Kellerhaus. Die Luke ist in dem Haus mit Keller eingangs. Was? Im Haus? Ja. Ja. Kommt auch vor. Okay. Skrypto spielt gar nicht so schlecht. Gleich kommt er zu mir. Wie sieht's jetzt aus mit Generator? Ähm, was ist? Skrypto macht einen... Weiter. Den, den ihr vorhin angefangen habt. Das ist jetzt die Hälfte auf Deutsch. Okay. Und hat's direkt hineinlassen, der Pfosten. Jetzt kommt der Killer wieder zu Skrypto. Hat ihn allerdings nicht gesehen. Skrypto ist im Feld. Ja, ist direkt zu dem Generator gerannt, über den sie geknallt hat. Was macht ihr grad schönes? Skrypto ist wieder frei. Ah, ist das einstrengend. Skrypto ist wieder bei seinem Generator, den er jetzt praktisch nur noch fertig machen muss. Versteckt sich allerdings zuerst. Weil der Killer schon wieder zu ihm kommt. Jetzt nicht mehr. So Skrypto. Macht ihn jetzt schnell fertig. Stashen, eine klasse Aktion. Oh, okay. Weihartig ist das andere. Okay, der kommt zurück. Oder? Nein, nein, nein. Falls du einen Werbzellkasten brauchst, du kriegst Richard in meinem Hafen. Jetzt macht grad keiner mehr Generator. Ihr habt zwei Generatoren, die praktisch fertig sind. Können wir ihn ja so ablenken. Ich hab hier einen. Und dann macht ihr den da beim... Ja, Skrypto ist bei dir, Richard. Das ist der übrigens, genau. Der ist sofort fertig. Antic sucht den Ausgang. Ich guck erst, wo der Killer jetzt hin geht. Wo ist der Killer? Killer ist... Ja, ich hab'n, ich hab'n Killer. Scheiße, der ist bei mir. Und bei dir und Skrypto sowohl, als auch, wie soll der gleiche bleiben. Allerdings hat er euch verfehlt, wie's aussieht. Er ist auch nicht hinter Skrypto, ja. Doch, ist er. Skrypto ist hier wieder am Ausgang und der Killer ist hier auch bei... bei Mac. Du musst ja... Das ist richtig, Schatz, ja, wie es hier ist. Ja, jetzt ist er bei dir, Richard. Ja, Skrypto, deine Zeit für den Ausgang. Schade, dass es keinen Check gibt jetzt. Skrypto rennt aber eher in die Mitte der Karte gerade. Auf dem Killer zu, ich versteh gar nicht ganz, was... Was ist das macht? Ach, zum Ausgang zu, genau. Ah, der ist auch fast fertig, genau. Perfekt. Ja, Skrypto. Okay. Da rechts war der Killer übrigens, genau. Rechts vorbei, aber ja. Wer guckt jetzt? Ich guck bei Antic. Okay. Das ist halt spannend. Ich weiß. Das da hinten ist Skrypto, die du siehst. Ja, die spielt mit dem Killer. Das war gerade der erfolgreiche Killer, wird total überhört. Das heißt, der Killer ist ganz verhandelt. Der ist gerade bei Skrypto und bei Antics. Und Jack ist Skrypto und immer schaltet er das halt um. Ah, du machst den auch herlauf, sehr schön. Ah, ich guck bei der Skrypto zu. Skrypto spielt nicht schlecht. Das muss man sagen. Ich bin dann gespannt, vielleicht zu sehen, was man sieht. Jetzt hat er den fübelsten verarscht im Killer. Jetzt guckt er in die Schränke. Wo? Wo guckt er in die Schränke? Am Ausgang. Sonst Skrypto spielt mit dem. Er rennt vom Ausgang weg. Jetzt habe ich aber komplett zu stehen. Das Bild war. Ich guck mal bei Antics. Ich glaube, wenn du dich jetzt nach links hältst, Richard, wirst du am Ausgang sein. Ja, äh, hier ist der. Ja, ich bin komplett. Genau. Es geht darum, ich will was mitbringen. Damit ich mein tägliches Ritual ein bisschen aufstocke. Weil Skrypto klopft. Skrypto ist im Haus mit Keller. Und der Lucke? Er ist im Keller. Mit meinem Werkzeugkasten? Nein, nicht im Keller, sondern im Haus mit Keller. Wo ist denn der jetzt? Da habe ich gerade rechtzeitig drüber geschalten. Er ist auch nicht bei Skrypto. Skrypto ist auch bei dir. Genau. Du hast sie gerade gesehen, ja. Skrypto soll dich mal heilen. Renn mal vor ihr. Vorsicht, Vorsicht. Du sollst vor sie rennen und nicht weg von ihr. Was machst du? Nein. Ich verlaufe mich. Gegen Wände und so. Ja, aber du musst zu ihr rennen und nicht weg von ihr. Wo ist die denn? Ja, die war doch recht. Sie war doch direkt vor dir praktisch. Hä? Ich dachte, sie ist zu groß ganz rein. Im Haus mit Keller ist ein Werkzeugkasten in der Kisby-Kindes. Das ist alles zu interessiert. Oh, das ist schrecklich. Wo sind die jetzt? Na ja, nur die ist so völlig wunderschön. Sie ist in dem Feld. Du bist direkt an die vorbeigelaufen. Sie ist gar nicht gerannt. Du bist einfach losgesprintet auf einmal. Naja, weil ich verletzt bin. Wahrscheinlich will sie Luke. Das kann sein, dass sie auf die Luke wartet, ja. Aber sie ist halt doch weit entfernt von der Luke. Doch, sie ist eigentlich direkt neben ihr Haus mit der Luke. Ja, du kannst gehen, Rischof, und dann kommt sie durch die Luke. Oh, okay. Okay, wir sind fertig mit dieser Runde. Ach du Scheiße. Sie ist an der Luke und geht in die Luke rein. Hä? Sie spielt weiter mit ihm. Sie geht nicht in die Luke. Sondern macht wirklich Geräusche, dass der Killer ja zu ihr kommt. Sag mir mal was über Skryto. Wie gut, was ist denn hier? Wie gut ist denn hier? Ich hab keine Ahnung, was hier los ist. Guckt ihr gerade ihr zu? Ja. Guckt jetzt gerade Skryto zu. Was? Im Haus ist tatsächlich eine Luke drin. Wie ich sagte. Weißt du, diese Situation ändert dich. Irgendwie. Ich frage mich ganz ehrlich, warum sie das jetzt macht. Weil sie, 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 sie bringt gerade Risiko für, für, ach sie will ihre, sie will ihre Gewagtpunkte vollkriegen, kann das sein? Okay, jetzt hat sie es. Und jetzt geht sie, genau. Das geht doch. Rang 18. Ja, Sprint-Busht. Ich muss jetzt für so nachher alles da. Ja, das ist auch, auch schade. Sie hätte noch, sie hätte noch 250 Punkte gebraucht für den zweiten Blick. So, damit bis zur nächsten Folge.